jo Leute was geht und herzlich willkommen zu einem weiteren Video hier auf meinem Kanal mrfreedom.de und ja heute reden wir ein bisschen über ein sehr lästiges Thema das jeden YouTuber betrifft der ein bisschen kleiner ist momentan so wie ich und zwar braucht man nicht mehr nur 10.000 Klicks um in das YouTube Partner Programm aufgenommen zu werden und ja somit auch die Videos monetarisieren zu können sondern man muss innerhalb einem Jahr 4000 Wiedergabestunden sammeln sage ich jetzt mal und ja das ist ja ich weiß nicht was sie sich da überlegt haben das kriegt auf jeden Fall nicht jeder YouTuber diese Größe hin also man braucht nach wie vor 8000 Abonnenten das kommt noch dazu und ich weiß nicht ob man das erreichen kann also wenn jetzt jemand 1000 Abonnenten hat kann er sicherlich nicht 4000 Wiedergabestunden in einem Jahr hinkriegen also es ist nicht unmöglich aber es ist relativ schwer also YouTube macht uns kleineren YouTuber momentan das Leben ein bisschen schwer würde ich jetzt mal sagen und ja auf jeden Fall muss man jetzt mindestens 1000 Abonnenten haben und innerhalb zwölf Monate 4000 Wiedergabestunden sammeln so was ich natürlich als erstes gemacht habe als ich das gelesen habe ich habe meine Statistiken überprüft und nachgeschaut wie viele Wiedergabestunden ich denn habe und das kann ich euch jetzt gleich mal zeigen wie viel ich habe ich habe also ich kann euch das kurz in Minuten zeigen ich habe 238.299 Minuten Wiedergabe gezeigt das sind umgerechnet umgerechnet verspreche vor der 3.971,65 Stunden das heißt meine Freunde ich brauche noch 29 Wiedergabestunden auf meinem Kanal und ich darf weiterhin meine Videos monetarisieren und bin weiterhin im Partnerprogramm jetzt ist es aber so das alles muss ich jetzt persönlich bis Februar erreichen also ich muss jetzt die 29 Wiedergabestunden noch bis also ja bis jetzt Ende Januar erreichen dass ich dann anfangs Februar die 4000 Stunden erreicht habe ja meine Freunde sonst kann ich dann meine Videos nicht mehr monetisieren und ich bin kein YouTube Partner mehr ich war auf jeden Fall froh wenn ihr mir dabei hilft die 4000 Stunden voll zu kriegen weil es fokt mich schon ein bisschen ab dass die Voraussetzungen für das Partnerprogramm so verschärft wurden und ja ich wäre auf jeden Fall froh wenn ihr mir dabei hilft die 29 Wiedergabestunden noch bis Ende Januar zu erreichen ich habe auch eine Playlist erstellt die heißt Wiedergabezeit for the win ihr wisst Bescheid die könnt ihr einfach abspielen das sind all meine langen Videos meine Livestreams meine 4 Stunden Livestreams die längsten Videos habe ich dort reingepackt ich war euch sehr verbunden wenn ihr Nacht vielleicht über also über Nacht jetzt vielleicht euer Handy anschließt an die Steckdose und einfach die Playlist laufen lässt so dass ich auf meine Stunden komme und auch wenn ihr YouTuber seid und das gleiche Problem habt wie ich ihr seid auch kurz vor den 4000 Stunden dann schreibt mir auf jeden Fall auf Facebook ich würde euch natürlich auch unterstützen dass ihr die 4000 Stunden bis Ende Januar erreicht ja ich wäre sehr freut wenn ihr mir helfen würdet dabei und bedanke mich jetzt schon mal bei jedem der es auch macht ich hoffe ich konnte euch kleinen YouTubern ein bisschen weiterhelfen was die Informationen bezüglich des Partnerprogramms angeht und ja verzeiht mir die Versprecher die wahrscheinlich jetzt 1000 Mal vorgekommen sind ich katze nicht raus das ist mir ein bisschen zu doof ich verspreche mich relativ viel da ich ja Schweizer bin und ja ich lasse jetzt einfach drin ich karte da nix groß raus ja vielen Dank fürs zuschauen bis zum nächsten Mal halt rein und ciao